Sie suchen eine zuverlässige Firma, die Ihre Daten von Ihrem alten PC oder Laptop löscht und die Geräte dann wiederverwertet? Mit AFB haben Sie diese gefunden. Die mildtätige und gemeinnützige GmbH beschäftigt an zwei Standorten in Wien zahlreiche Menschen mit Beeinträchtigung und möchte noch so viele wie möglich anstellen. Daher werden sämtliche Gewinne in die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen investiert. Das Hauptaufgabenfeld ist die zertifizierte Löschung von Daten auf gebrauchten Computern. Danach werden die PCs, Notebooks, Monitore und Drucker inklusive Zubehör und Software neu aufbereitet und über die zwei Filialen sowie den Online-Shop mit einer 12-Monats-Garantie verkauft. Die Belegschaft ist mit großer Begeisterung unter der Anleitung von kundigen Fachkräften tätig und verrichtet alle Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft. AFB Social & Green IT – ein Top-Betrieb mit beispielgebendem sozialem Engagement.